17.050 Gaffens aus der ganzen Welt vereint und durch Verstreiterung und Verkauf von Filmartikeln ein Bemerkenswerterbeitrag von sagen und schreiben 12.000 Euro Altenunterstützung für unser Jugendgabend-Reistungszentrum zusammengestragen werden. Das ist natürlich erst einmal ein riesen Applaus wert. Habt ihr alle mit dazu beigetragen? Wir stehen nun hier mit Sabrina Kuhl und Frida Hattis von der Gruppe Wir sind Metze, die genau diese 12.000 Euro jetzt ein Verreiter von dem DAPO-Treffenzentrum überreichen wird. Der Schlüssel für das DAPO-Treffenzentrum durch den Trailerverein NLZ, dessen Grund ist und den Stefan Hotschmann, Stefan Hotschmann, der hier ewig und herzlich willkommen heißen dürfen, mit dem Vorstand des D.V. Tobias Freiburg-Vererbund-Geräus hier. Wir bedanken uns bei allen Unterstützern, wie sie die Reaktion beteiligt haben, und vor allem auch an der Fähngemeinde Wir sind Metze für diese hochreiche Unterstützung. Vielen, vielen Dank! Und das ist jetzt euer Applaus. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020